Konstruktion abgeschlossen. Greift die von hinten an. Ja, von hinten mögen wir es am liebsten, wie es aussieht. Beginne mit dem Anschluss, Sir. Bomba-Geschwader hier. Antrieb aktiviert. Greift mal an. Zeht ihr Feuer auf euch. Schön, dass die hier noch warten. Konstruktion abgeschlossen. Bitte mal weg damit. Könnt ihr uns spät um die Jäger kümmern. Und? Haben wir es bald? Zur Raumstation wird angegriffen. Angriff! Er kommt weg mit den Jägern hier. Feuer! Er öffnet dort Feuer! Eure Befehle, Sir. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Bereit für Befehle. Spiel auf die Laser. Ah. Bitte mal auf was da angreifen. Alles andere kann sich an mir oder weniger selbst verteidigen. Ach, da hängt der Imperator ab. Ich würde schon fragen, was er macht die ganze Zeit. Können wir den Bauspurt hier einnehmen? Alles hier jetzt hier in unserer Betaldingstkirchen. Hey, jetzt gibt es gar noch Y-Wings dazu. Na komm, weg mit der Fregatte. Ich werde euch erlauben, Zeugen eines Sieges zu sein. Ah, leg dich jetzt mal mit der Sturmfregatte an. Ja, bitte auch. Oder nehmt erst mal die Fregatte in Angriff. Habe ich nur noch einen Tatankreuzer? Nee. Doppelklick klappt nun mal wieder nicht. Kompliziert das hier mal alles ein bisschen. Oder vielleicht erst mal die, die sich um die Station kümmern. Komplikation beschädigt. Bereit zu von hinten abrunden. Na kommt. Hier sind die Weser-Batterien bezieht aus. Äh, Y-Wings. Geschützte Feuer bereits. Reuters hier. Wir haben unsere Riesenkanonen zerstört. Na kommt, auf die Y-Wings. Greife an. Und da sind sie auf die Fregatte hier. Nur steht mal nicht so faul rum. So haben wir Arbeit zu tun. Haben den Raketengörfer verloren. Die Laser sind unser Ziel. Roger bestätigt. Wir feiern auf ihre Lasern. Die Bestätigung ist Verführung der Lasern. Guck mal, wir haben fast alles hier verloren. Noch zwei AT-ATs sind die übrig. Der Torpedowerfer wurde zerstört. Ja, die Acclimators könnt ihr gerne kaputt machen. Die bekommen wir immerhin ersetzt für eine Versicherung. und zerstört. Wie sind eure Befehle? Unser Hauptziel sind die Laser-Batterien in Formation. Unsere Startrampe wurde ausgeschaltet. Ihr kümmert euch mal um die Jäger. Sie wird anbibriert. Das ist eine Formation. Verstanden. Der Stand ist außerdem. Haste verstanden. Auch diese kann werden wieder erschützt. Greife an. Du hast ein A. Na komm, kümmert euch nicht die beiden hier. Ach, du schießt auf alles, was du möchtest. Ne, wir gehen die Station mal schnell wieder ein. Das da hier noch Platz machen. Könnt ihr die Schilder mal langsam wieder hochfahren von der Station? Ich würde gerne das hier auch wieder bauen. Ich glaube, das war es gleich, wenn die drei Stumpfregatten hier weg sind. Das wird hier auch noch gebaut. Äh, du spielst mal wieder mit. Lass uns mal eine A.T.A.T.A.T.E.S. in Ruhe. Konstruktion abgeschlossen. Kreuzer online. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Ziel auf den Antrieb. Äh. Hör rein. Ja, Sir. Hier drei. Vergatte entfernen. In Leerler sind unser Sieg. Hauptbau beginnt. Habe verstanden. Diesen Bauplatz hier einnehmen. Bereit zum Befehlsempfang. Lass uns diesen Bauplatz einnehmen. Da muss man schließlich desnächstes mal bereit sein. Aufbau hat begonnen. Wenn die Türme nicht viel aushalten. Aufbau beginnt. Die locken doch einiges an Anfangsfeuer auf sich. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Der Gegner wurde belegt. Dazu führt, dass der Gegner verliert. Die Konstruktion abgeschlossen. Wundervoll. Wow, guck da mal, was wir alles verloren haben an Bodentruppen. Naja, wir brauchen keine Bodentruppen mehr. Tarkin hat er recht. Wie es scheint, verläuft eure Offensive nach Plan. Die Rebellion wird bald beendet sein. Ich spüre, dass ihr Ende zum Greifen nahe ist. Setzt den Todesstern effektiv ein, um unnötige Bodenkämpfe zu vermeiden. Genau. So wird es geschehen, eure Hoheit. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Bodenkämpfe langweilen mich mittlerweile auch. Dann Start. Ach, die armen Hutten. Die hätten sich dem Imperium anschließen sollen. Oder unterwerfen. Gegner nähern sich. Das ist eine entscheidende Gelegenheit für das Imperium. Bringt den Todesstern in Reichweite des Planeten. Und zeigt diesem jämmerlichen Aufstand die wahre Macht dieser Kampfstation. Erwarte Ihre Anweisung. Das versuchen wir doch gerade. Euer Befehl, Sir. Wir sind gleich da. Sofort. Angriff auf dieses Ziel. Ach, nöööö. Als haben die dies, die Marauder hier wieder. Was ich die Rebellen mit den Hutten zusammentun hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Werden wir schaffen. Jawohl, Commander. Commander, Sie treffen uns. Haka. Doppelklick, hallo. Ich war Ihre Reisweite. Ich war Ihre Commander. Können Sie mal bitte herfahren? Ich habe da herfliegen. Hallo, dreh dich bitte nicht um. Braucht dich hier vorne. Du bist ein bisschen unnötig da vorne. Roger bestätigt. Positionsänderung. Für einen Angriff. So. Sie nähern sich schnell. Information. Dann mal los. Commander, Feuer frei. Noch mehr Gegner. Langsam konnten die Rebellen aufgeben, oder? Oder sich irgendwas einfallen lassen, um den Todesstern platt zu machen. Schalte Ziel aus. Antibals hat keine Chance gegen zwei Sternzerstörer. Werde beschaffen. Zerstörer hier. Wo den Hangar? Verstanden. Wo die Schilde? Der Rest erledigt sich von alleine. Aufbau hat begonnen. Komm Link aktiv. Erwarte Befehle. Und hier. Das spielt hier mit. Aufbau läuft. Sie treffen. Roger bestätigt. Aufbau läuft. Dealt auf die Leser. Ich verliere. Das war's dann gleich. Konstruktion abgeschlossen. Ich hab' ihn... Um einen Supersternzerstörer zu bauen, bräuchte man das Add-on Force of Corruption, oder wie es heißt. Melde mich wie bevor. Ich bin an ihnen dran. Na komm, die paar X-Wings sollten kein Problem mehr darstellen. Und ciao. Mit V. So, das war's mit den Hutten. Ein Tatankreuzer verloren. System erobert. Nullhuter. Aufbau läuft. Bauen wir hier was. In Jahawin können wir auch nichts mehr bauen. Weißt du was? Gleichen wir unsere Verluste auf Nullhuter aus. Nun unterwegs. Beratet euch auf meine Ankunft vor. Ein Reich wird hergestellt. Mehr Sternzerstörer, wenn ich gucken darf. Ein Reich wird hergestellt. Kreuzer meldet sich. Ihr beiden. Wobei. Wo ist es? Du kannst gerne hier bleiben. So, hier können wir weiter aufbauen. Aufbau hat begonnen. Äh, Darth. Geh mal bitte zum Todesstern. Nicht so leicht. Das ist leicht, das sagst du. Nicht ich. Ich weiß, man so wenig mit Boba Fett zu tun hat. Konstruktion abgeschlossen. Aber wenn es die Rebellen richtig machen würden, dann hätte selbst ein Sternzerstörer keine Chance der Verteidigung. hier nach kurs und dann los greifen gerne an in eriadu unterwegs zu den koordinaten in der buwalt absichern fahrzeug wird produziert auch noch mal ein paar hier kann ich noch mal weitermachen ich überall schon überprüft ob ich da noch am stationen verbessern können na komm ihr drei bleibt hier dann gönne ich mir hier einheit wird hergestellt noch ein bisschen was stern zerstörer nach nalhutter ein kurd greifen die auch gerne mal an also lassen wir hier mal einen der verteidigung jaja immer mit der ruhe damit sie uns nicht entkommen können so meine schnuffels ich will mal sagen wenn hier die nächste raumstation in auftrag gegeben ist weil es hier noch eine gibt werde ich mal eine kurze aufnahmepause machen und dann sehen wir uns der nächsten aufnahmesession wenn es ums cola geht wieder ich weiß es nicht ich habe ihre bellen nicht gefragt also weiß ich es nicht vielleicht noch ein tod ist der stelle hier rüber mittlerweile 14 stern zerstörer na gut meine schnuffels also dann bis zum nächsten mal stern zerstörer hier hey meine schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu empire at war heute geht es den rebellen auf hola scola schola wie auch immer schlecht und ja wie gesagt den es ist wahrscheinlich irgendwie sowas ähnliches wie ein kritischer fehler unterlaufen das ist für sie nicht so läuft in den film hallo erstmal darüber das ist das system da kommen dass mich hier vielleicht noch mal ein paar kreuzer bauen korolak auch noch mal ein fahrzeug wird produziert noch ein stern zerstörer fahrzeug wird produziert kalamari bitte auch fahrzeug wird produziert todes stern ist aber wirklich lahmarschig einheit wird hergestellt in eriado vielleicht auch noch fahrzeug wird produziert fahrzeug wird produziert ich überlasse jetzt nichts mehr im zufall kalamari kreuzer ist hier vor ort nicht schlecht zwei stück sind es glaube ich das ist eine entscheidende gelegenheit für das imperium bringt den todesstern in reichweite des planeten und zeigt diesem jämmerlichen aufstand die wahre macht dieser kampfstation was glaubst du was wir vorhaben ist das down trooper ja ich mal ein paar meter nach oben euer mangel an glauben ist beklagenswert ist der die 1 und vorwärts wie ihr wünscht wird mir zuerst den kreuzer ausschalten nicht schon wieder ein meiner sternen zerstörer ich brauche auch die feuerkraft ich freue mich auf alles und nebenbei auch auf den kreuzer damit er mal glatt gemacht wird der was weg ist ist weg oh nein sieht richtig schlecht aus wenn man zerstörer grüßen der marada ist das schon zerstört worden ja kommts schießt mal auf die y-wings die das natürlich vorrücken hier zu befohlenen koordinaten eure befehle erwartete wir haben unsere turbolaser verloren na ganz erst stören wir schon mal den planeten unsere schilde sind ausgefallen feuerfreikommander feiern sie wenn sie so weit sind fast schon so aus wie man kann man kann man kann man kreuzern mit dem tun ist ganz verstört oder was ist das wo das in der zwischenzeit zerschossen worden schaltet mal bitte die kamera hier aus was ist es wird geschehen wir müssen mal festlegen kann ohne keine probleme mehr ich habe ihn ein herzliches dankeschön an mistress luna und die kanalmitglieder für euren support vielen lieben dank dankeschön ihr seid spitze vielen lieben dankeschön